Ja, heute am 29. Oktober 2021, ja, die Polizei sagt immer mit Licht fahren, ne? Immer mit Licht fahren. Immer mit Licht. Und wenn Licht mehr nicht geht, hast du immer Backup. Ja, genau. Ein ganz besonderes Fahrrad. War das deine Idee? Ja, also von Anfang an. Ich hatte damals ein Mountainbike, da habe ich einen Stripe nur gemacht. Da ist mir die Powerbank durchgebrannt. Da habe ich einen zweiten Stripe dazu genommen, neue Powerbank. Dann Fahrrad geupgradet zweimal. Jetzt sind wir hier. Alles mit Schlepperschluss festgemacht. Das heißt, du kannst es abnehmen, wieder ranmachen. Achso, das ist eine Lautsprecherbox, ne? Ja, Charge 3. Genial. Und verdursten tut da unterwegs auch nicht? Der Tränk hinten drauf. Auch selbst gebaut, mit Kabelbindern festgemacht. Was die Cops dazu sagen. War das Fahrrad beim TÜV auch? Ja, ne? Definitiv. Nicht? Alles eingetragen. Alles eingetragen. Ordnungs- und fachgemäß. Wie das soll. Aber es ist ja ein Damenfahrrad. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, das musste jetzt kommen, ne? Was sagen wir dazu? Es fühlt sich halt absolut entspannt. Ja, mit Schutz jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt mit einem jungen Mann oder einer jungen Dame spreche. Ja, tatsächlich mit einem Mann. Ja, das ist ein Mann. Ja, das wollte er jetzt aber mal hervorheben. Also, finde ich schon ein ganz besonderes Fahrrad. So eins möchte ich auch haben. Musst ein Fahrrad finden. Die Stripes sind nicht teuer. 20 Euro. Oh, Benck hat jetzt mal 60 gekostet. Das ist ne bessere. Die Box irgendwie 100. Ich glaube, die Box war auch das teuerste an dem ganzen Fahrrad gefühlt. Die Boxen sind teuer als das Fahrrad? Ja, gefühlt schon. Also, die hat nämlich damals 100 Euro gekostet zu 2,18. Großflöscher kostet auch nicht viel. Irgendwie 60 Cent. Metallspiel ist auch nicht viel. Ich weiß nicht aus dem Kopf. Ich will es auch nicht wissen. Fahrrad irgendwie 25. Ja. Ja, dann bedanke ich mich, ne? Ja. Und die Brille? Brille hier vom Lichterfest. Ich hatte vorher noch eine, aber ich habe es kaputt gegangen. Ja, 12 Euro. Also passt. 12 Euro. Ja, das ist heftig, ne? Aber passt alles gut zusammen, ne? Passt alles gut. Vielen Dank. Jo.